Diese Pasta mit Zucchini-Frischkäse-Pesto ist so ziemlich das Beste, was du mit deiner Zucchini machen kannst. Dazu einfach Zucchini, Knoblauch und Cashews mit einem guten Olivenöl und Gewürze vermischen, Kräuterfrischkäse in die Mitte und ca. 20 Minuten backen und ordentlich durchmixen. Mit Pasta-Wasser, Parmesan und frischer Petersilie verfeinern, al dente Pasta dazu und umrühren, bis es so richtig cremig wird. Folgt mir für mehr Rezepte, denn...